Kommen wir denn jetzt hier weiter? Wie geht er denn hier weiter? Da ist nischt. Und da ist so ein Moped vor. Oh, da sehe ich was. Aber wie komme ich da hin? Was ist denn das für ein Scheiß? Ah, hier. Voll drauf reingefallen da unten. Voll drauf reingefallen. Oh, ja. Hier können wir runter. Ich probiere es mal. Yay. Zack. Muss ich jetzt lang? Bin ich hier nicht hergekommen gerade, ich Idiot? Nee. Oder? Doch. Äh, bin im Kreis gelaufen. Boi, oi, oi, oi. Warum ist das nicht auf? Ich glaube, es war nicht geplant, dass man hier im Kreis läuft. Ach so, Moment, das war, ach, guck mal, ich habe mich aber schon wieder völlig verwirrt selber hier, ne? So. Hier hin. Ah, ja, sehr schön. Ja, hier sind so Sachen. Kann ich hier hochspringen? Hier ist ein Knöpfchen, was macht das? Aha. Ah, da hinten ist ein... Ist ein Cube. Ah, fuck. Das wäre übertrieben cool gewesen. So, komm her jetzt. So, dann macht das das da auf. Und dann müsste ich ja eigentlich jetzt so... Oh, jawohl. Und das macht das da auf und... Ja, so was gefällt dir, Matthias. Boi. Das muss auch blaue Flecken geben. Wow. Nicht da rein, da geht er mir mit Sicherheit kaputt. Und da ist mein Exit. Oh, das reicht nicht. Reicht das? Ja, komm, komm, komm. Jawohl. Aber wir experimentieren damit. Ah, das erinnert einen doch so richtig an die Realität, oder? Ich hab hier was gefunden. Ich hab keine Ahnung, was es macht. Lass es uns ausprobieren. Ist das sozialkritisch, was das Spiel hier macht? Oh, das ist das sozialkritisch. Oder noch mal Lustig. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist... Wie kommen wir da rüber? Oh, da vielleicht. Ein bisschen balancieren. Hui. So. Was gibt es hier denn? Oh, guck mal. Kann ich da nicht drauf? Doch, kann ich. Nützt mir das was? Ich weiß es nicht. Kann ich denn noch was hinschießen? Da oben steht Exit. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, hier. Gehe. Oh. Kann ich da? Ja. Was ist da denn? Oder komme ich da her? Was haben wir denn da? So sieht's aus. Aber damit kommst du nicht mehr durch heutzutage. Flatsch. Das kann ich jetzt irgendwo hinspritzen hier, hä? Äh. Kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Ganz viele. Alles blau malen hier. Ja. Ja. So. Äh. Äh. Der ist auch Exit Oh Oh Oh, auch mal alles blau da Schön die Wände auch, genau So, schöne Schweinerei hier fabrizieren Mal überlegen Oh, oh, oh Das war wohl nichts So Hey Hey Ah ja Guck mal, damit weiter rumschießen Und wenn ich jetzt da hinterher fliege Ja Oh Erzähl mir doch sowas nicht, der ist ja bald schlimmer als Glados hier der Typ Erzählt den ganzen Tag auch nur Kacke und das auf eine leicht inkompetente Art und Weise Also so ein bisschen wie ein Politiker halt Oder ein Schiff Oder ein Schiff Ist das Wasser oder was? Wäscht das dann einfach weg so Quasi Ah ja, und fällt hier schön durch So, so Wo muss ich denn hin? Klatsch 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 So anscheinend nicht Oh 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 Ja Hat mir jetzt auch nicht wirklich was genützt, ne? Behaupte ich mal Was muss ich denn jetzt hier machen? Das verstehe ich tatsächlich überhaupt gar nicht gerade Weil hiermit kann ich auch nicht wirklich irgendwo hinfliegen behaupte ich mal Weil dann, genau, falle ich nämlich schön gegen das Gitter da Ach, da ist ein Schalter, ich Idiot Äh Äh Mach doch mal da ein bisschen blau hier Was macht der denn? Wer macht das Wasser aus? Ah, okay Und Aha Tricky Muss ich erstmal den Schalter sehen Ja Ich sage ihnen, keep your pants on All right This next test may involve Trace amounts of time travel So Worth advice If you meet yourself on the testing track Don't make eye contact Lab boys tell me that will wipe out time Entirely Forward and backward So Do both of yourselves a favor And just Let that handsome devil go about his business Einfach Lachen Probier es mal so Mojojoing Neue Neue Jawohl.